Ich möchte Ihnen das Team vorstellen, das uns heute zu Mars gebracht hat. Sie gingen bis an die Grenzen des technisch Möglichen und scheuten kein Risiko. Und das machte sich bezahlt. Heute sucht der Rover namens Curiosity Antworten auf Fragen, die die Menschheit seit langem bewegen. Existierte je Leben auf dem Mars? Wäre heute dort Leben möglich? Sind wir allein, ist die bedeutendste wissenschaftliche Frage. Missionen zum Mars gab es schon früher. Sie fanden einen viel dynamischeren Planeten vor, als wir es uns vorgestellt hatten. Mit Curiosity beginnt ein neues Zeitalter der Entdeckung, angetrieben von einem lang gehegten Traum. Wir gehen auf Entdeckungen, weil die Menschen neugierige Wesen sind. Indem wir zum Mars fliegen, überschreiten wir Grenzen in das Unbekannte. Das ist das bislang aufregendste Abenteuer auf dem Mars. Dieser Rover soll die Geheimnisse des roten Planeten entschlüsseln. Seine Mission auf dem Mars ist eine extreme Herausforderung. Für mehrere hundert Ingenieure und Wissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory in Südkalifornien naht der Moment der Wahrheit. Vor acht Monaten startete dieses Team eine Mars-Mission. In weniger als einer Stunde wird die von ihnen entworfene und gebaute Raumsonde sicher aufsetzen. Oder ein unrühmliches Ende finden. Die Chancen stehen gegen sie. Die meisten Mars-Missionen scheiterten. Heute Abend steht ihr guter Ruf, stehen Karrieren auf dem Spiel. Möglicherweise steht die Zukunft des amerikanischen Weltraumprogramms auf Messers Schneide. Was zieht uns immer wieder zu dem roten Planeten hin? Der Mars ist nur halb so groß wie die Erde, aber beeindruckend. Die grösste bekannte Schlucht unseres Sonnensystems zieht sich um seinen Äquator. Etwa zehnmal länger und dreimal so tief wie der amerikanische Grand Canyon. Der höchste Vulkan unseres Sonnensystems erhebt sich über 25 Kilometer über die Mars-Ebene. Der Planet ist übersät von riesigen Kratern. Schön anzusehen, aber einladend ist es dort nicht. Der Mars ist nicht von einem Magnetfeld vor Sonnenwinden geschützt. Der Strahlung aus dem Weltraum ausgesetzt, ist seine Atmosphäre, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht, 100 Mal dünner als die der Erde. Zu dünn, um Wärme speichern zu können. Im Mars-Sommer reichen die Temperaturen am Äquator bisweilen über den Gefrierpunkt. Aber sonst ist es eisig kalt. Die Durchschnittstemperatur beträgt minus 53 Grad Celsius. Flüssiges Wasser würde heute auf dem Mars sofort gefrieren oder verdampfen. Und doch hat Wasser überall auf dem Planeten seine Spuren hinterlassen. Flusstäler, Deltas, Landschaftsbilder, die gigantische Fluten geschaffen haben müssen. Die meisten Experten sind sich einig, dass es vor dreieinhalb oder vier Milliarden Jahren Wasser auf dem Mars gegeben haben muss. In Seen und fliessenden Gewässern. In gewisser Weise war der Mars in seiner Frühgeschichte ein Zwilling der Erde. Wenn es überall auf dem Mars Wasser gab, war dann dort Leben möglich? Was hat den Planeten in eine eiskalte Einöde verwandelt? Könnte heute auf dem Mars-Leben existieren? Das sind die Fragen, die uns immer wieder zu dem roten Planeten führen. Die jüngste Mission der NASA ist das Mars Science Laboratory, kurz MSL. Sein Prunkstück ist der Rover namens Curiosity, die leistungsfähigste, robotergesteuerte Raumsonde, die je auf einen anderen Planeten geschickt wurde. Der Name Curiosity ist sehr passend. Neugier. Denn genau deshalb existiert sie. Wie Sie hören, sprechen wir von ihr wie von einer Person. Und das ist sie für uns auch. Curiosity ist ein technisches Wunderwerk, ausgestattet mit maßgeschneiderten wissenschaftlichen Instrumenten, verkabelt für interplanetarische Kommunikation, angetrieben von einer nuklearen Batterie. Curiosity hat alles, was sie braucht, um ihre zweijährige Mission zu erfüllen. Das Ziel dieser Mission ist die Suche nach bewohnbaren Gebieten. Die Kriterien hierfür lassen sich auf drei sehr einfache Komponenten reduzieren. Damit auf der Erde Leben möglich ist, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein. Eine Energiequelle wie die Sonne oder vulkanische Aktivität. Flüssiges Wasser. Und organische Verbindungen. Also Moleküle auf Kohlenstoffbasis, die die Bausteine allen Lebens sind. Haben diese lebensnotwendigen Bedingungen auf dem Mars je existiert? Curiosity wurde mit den erforderlichen Geräten ausgestattet, um Gesteins- und Bodenproben aufnehmen und analysieren zu können. Dieser Rover wird auf dem Mars Untersuchungen vornehmen, wie sie ein Geologe wie John Grotzinger auf der Erde erledigt. Nur mit anderen Werkzeugen. Wenn ein Geologe auf der Erde eine Landschaft untersucht, versucht er, die Urbedingungen des Planeten zu enträtseln. Das Gleiche können wir auf dem Mars mithilfe von Curiosity tun. Aber Curiosity stehen Werkzeuge zur Verfügung, um die sich jeder Geologe auf der Erde beneidet. Jeder Geologe hat eine Handlinse, mit der er Steine auf ihre Beschaffenheit untersuchen kann. Curiosity hat als Äquivalent dazu den Mali-Instrument. Mit dem Mars Hand Lance Imager oder Mali lässt sich Gestein aus der Nähe und aus der Ferne betrachten. Wir können die Linse auf verschiedene Distanzen einstellen, je nach Erfordernis. Ganz sicher besser als das hier. Fotos sind sehr wichtig, denn sie stellen für Messungen und Proben einen Zusammenhang her. Curiosity ist mit 17 Kameras ausgerüstet, mit Teleobjektiven, Objektiven für verschiedene Reichweiten und für Videoaufnahmen. Um Proben zu sammeln, verwendet ein Geologe einen Gesteinshammer. Damit entnehmen wir auf der Erde Gestein, das sich unter der Oberfläche befindet, um es dann geochemisch zu analysieren. Curiosity bedient sich einer fortschrittlicheren Technik. Ein Laser kann in einer Entfernung von bis zu 8 Metern eine Stelle von der Größe eines Stecknadelkopfes verdampfen. Ein Spektrometer untersucht das Gestein auf seine chemische Zusammensetzung. Außerdem besitzt der Rover einen Bohrer, der Gestein pulverisiert und den freigesetzten Staub auffängt. Auf der Erde müssten wir ein Stück entnehmen und es zur Analyse ins Labor bringen. Mit Curiosity haben wir das Labor direkt vor Ort. Der Roboterarm befördert pulverisiertes Gestein und Bodenproben in zwei Miniaturlabors im Innern des Rover. Ein Labor analysiert die Mineralien mithilfe von Röntgenstrahlen. Das andere testet die Proben auf organische Moleküle, die Hinweise auf lebendige Organismen geben. Organische Moleküle sind so wichtig, weil wir nur diese organischen Verbindungen finden müssen, um Spuren früheren Lebens nachweisen zu können. Wir müssen uns dazu also nicht auf die Suche nach einem Fossil eines Organismus machen. Die Leistungsfähigkeit von Curiosity ist der Beginn einer neuen Ära. Diese Mission kann unsere Erkenntnisse über den Mars weiter voranbringen, als es je möglich war. Wir schicken 15 Mal so viele wissenschaftliche Instrumente mit. Deshalb muss dieser Rover auch viel größer sein. Curiosity wiegt fast eine Tonne. Beinahe doppelt so viel wie frühere Marsrover. Dabei kommt es bei der Landung auf dem Mars auf jedes Kilo an. Wir brauchten für diese Größe also ein neues Landesystem. Alle bisherigen Landungen erfolgten nach einem ähnlichen technischen Schema. Das Gefährt wurde in eine Kapsel gepackt und mit einem Hitzeschild vor der Reibung beim Eintritt in die Marsatmosphäre geschützt. Dann übernahm ein Fallschirm den Sinkflug. Aber die Atmosphäre des Mars ist zu dünn, um die Kapsel ausreichend abzubremsen, damit sie sanft landet. Welche Möglichkeiten gibt es? Frühere Rover wurden in riesige Airbags gepackt und blieben so beim Aufprall geschützt. Dieser Rover ist viel zu groß. Airbags kamen deshalb nicht in Frage. Die Airbags an sich wären insgesamt zu groß und schwer. Wir mussten uns also etwas anderes ausdenken. Eine traditionellere Technik wäre die raketenbetriebene Abstiegsstufe und eine Landevorrichtung auf stoßgedämpften Beinen. So landet man eigentlich, mit einer Rakete darunter. Dann klettert man die Leiter hinunter und geht auf Erkundung. So wie es auch die Apollo-Astronauten getan haben. Aber ein Landesystem mit Beinen wäre zu kopflastig, wenn ein großer Rover obenauf sitzt. Deshalb überlegten wir, alles umzudrehen, die Triebwerke sozusagen aufs Dach zu setzen und den Rover direkt auf seinen Rädern landen zu lassen. Irgendwann hatten wir uns in die Idee verbissen, den Rover praktisch unter der Raketeneinheit baumeln zu lassen. Wir nannten es ab einem bestimmten Moment Hoffnung am seidenen Faden. Das alte Landesystem wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt. Die neue Technik funktioniert so. Curiosity tritt mit über 20.000 Stundenkilometern in die Marsatmosphäre ein. Die Reibung verlangsamt das Raumschiff auf 14.000 Stundenkilometer. Elf Kilometer über der Oberfläche entfaltet sich der Fallschirm. Bei 1,5 Kilometern Höhe fällt die Abstiegsstufe heraus und zündet ihre Triebwerke. Das sogenannte Skycrane-Manöver beginnt. Die Abstiegsstufe lässt den Rover an Seilen herab. Beim Aufsetzen werden die Seile gekappt. Die Abstiegsstufe fliegt davon und macht in sicherer Entfernung eine Bruchlandung. Das Ganze dauert nur 7 Minuten und erfordert absolute Präzision. Buchstäblich Millionen von Kleinigkeiten müssen absolut präzise ablaufen. Erfolgreich. Oder das Spiel ist aus. Um ihr futuristisches Landesystem vorzustellen, präsentierten die Ingenieure einen kurzen Videofilm. Er war kein durchschlagender Erfolg. Unsere NASA-Bosse waren von diesem Video schlichtweg entsetzt. Man fragt sich schon, ob irgendjemand verrückt genug ist, darauf zu setzen. Es hat schon was so Reales. Da fragt man sich, wollen wir das wirklich so machen? Das Schwierigste mit dem Skycrane-System war die Glaubwürdigkeit. Die Leute zu überzeugen, dass das keine wirre Idee war, sondern eigentlich ein sehr eleganter Mechanismus. Die Überprüfung ihres Entwurfs stellte sie vor neue Probleme. Auf der Erde lässt sich der gesamte Ablauf der Landung nicht simulieren. Die Versuche wurden in viele kleine Tests unterteilt und die Auswertung der Einzeltests sollte zeigen, ob es auch als Ganzes funktioniert. Das Team testete ihn im grössten Windtunnel der Welt, im Ames Research Forschungszentrum der NASA. Wir alle erwarteten, dass die Tests glatt gehen würden. Der erste Versuch war erfolgreich. Wie der Fallschirm sich öffnet, das Gebäude wackelt, die Messergebnisse, die Begeisterung, unglaublich. Dann kam Test Nummer zwei. 3, 2, 1, Feuer! Bad Schuss! Katastrophal! Er ist regelrecht explodiert, ein Haufen Fetzen am Ende des Tunnels. Der Fallschirm ist verloren. Mir kam es vor wie ein persönlicher Verlust, wie ein gefallener Kamerad. Wir waren total überrascht, das hatten wir nicht erwartet. Das Team war verzweifelt. Zur Untersuchung wurde ein minutiöses Testprogramm aufgesetzt. Denn die Frage war, gefährdete dieser Fehlschlag die Mars-Mission? Von dem misslungenen Test gab es nur ein grobkörniges Video. Sie brauchten bessere Daten. Deshalb stellten wir an die 14 hochauflösende Kameras auf. High-Speed-Kameras. Und zwar aus allen möglichen Blickwinkeln. Falls das noch einmal passieren würde, könnten wir sehen, warum. Sie nahmen die Tests wieder auf und hofften auf das Schlechteste. Beim ersten Test öffnete sich der Fallschirm, wie er sollte. Und wir waren enttäuscht. Nächster Test. Wieder ein guter Versuch. Und nochmal. Und nochmal. Und wir dachten, wenn das ein einmaliger Ausrutscher war und wir es nicht noch einmal zu sehen bekommen, ist das noch schlimmer. Damit wir verstehen konnten, was passiert war, brauchten wir davon eine hoch aufgelöste Videoaufnahme. Einen Fehlschlag herbeizuführen, erwies sich als gar nicht so einfach. Es erforderte sechs weitere Versuche. Wir waren alle richtig glücklich. Der Fallschirm war geplatzt, aber wir waren froh. Denn die vielen Kameras lieferten den schlagenden Beweis. Wie sich zeigte, war es zu einer Inversion gekommen. Die Unterkante des Fallschirms hatte sich auf einer Seite in den Leinen der anderen Seite verfangen. So hatte sich eine Tasche gebildet, die sich mit Luft füllte, den Fallschirm umstülpte und ihn auseinanderriss. Könnte es auch auf dem Mars zu einer solchen Inversion kommen? Das Team musste es herausfinden. Sie untersuchten die Videos monatelang. Und dann dämmerte es ihnen. Im Windtunnel brauchte der Fallschirm viel länger, um sich zu entfalten, als es in der Marsatmosphäre der Fall sein würde. Auf dem Mars ist er in einer Sekunde offen. Im Windtunnel dauert das sechs, sieben, acht Sekunden. Bis der Fallschirm sich vollständig mit Luft gefüllt hat, flattern die Kanten. Und das kann passieren, dass sie umklappen, den Rest nachziehen und das Ganze dann umstülpen. Noch aus einem anderen Grund war das Risiko einer Inversion im Windtunnel grösser. Hier wird der Fallschirm horizontal entfaltet, die Schwerkraft wirkt nach unten. Deshalb können sich die oberen Teile in den unteren verfangen. Das wird auf dem Mars nicht auftreten, wo sich der Fallschirm senkrecht öffnet. Es dauerte ziemlich lange, bis uns klar war, dass das ein Problem der Testbedingungen auf der Erde war. Aber Curiosity hat nur diesen einen Fallschirm. Es musste also funktionieren. Das Team war zuversichtlich, dass ihr Fallschirm sich auf dem Mars planmässig öffnen würde. Nachdem der Fallschirm sich entfaltet hat und das Hitzeschild abgeworfen wurde, übernimmt das Landeradar eine entscheidende Rolle. Es wirft Radiowellen auf die Marsoberfläche und errechnet anhand der Reflexion die Entfernung vom Boden und die Sinkgeschwindigkeit. Diese Messwerte vermitteln Curiosity, wann es Zeit ist, die Triebwerke zu zünden und mit dem Skycrane-Manöver zu beginnen. Perfektes Timing ist der Schlüssel zu einer perfekten Landung. Curiosity's innovatives Radar besteht aus sechs Hochleistungsantennen mit einem Öffnungswinkel von je drei Grad, die an der Abstiegsstufe befestigt sind. Jede Antenne nimmt 20 Messungen pro Sekunde vor, mit bisher nie erbrachter Reichweite und Genauigkeit. Zumindest in der Theorie. Wir mussten alle auf dem Mars möglichen Bedingungen testen. Vor allem die Höhenunterschiede sind dort sehr groß. Das Radar wird etwa acht Kilometer über der Marsoberfläche aktiviert, bei einer Fallgeschwindigkeit von fast 500 Stundenkilometern. Stephen Lee und sein Team brachten ihr System zum Dryden Flight Research Center der NASA. Für eine Serie tollkühner Probeflüge befestigten sie eine Radarantenne unter dem Flügel eines FA-18-Überschalljet. Der Pilot stieg bis auf eine Höhe von circa 15 Kilometern, um dann seine Maschine vom Himmel fallen zu lassen. Während des fünf bis acht Sekunden langen Falls sendete das Radar Messungen über Höhe und Geschwindigkeit. Die Werte waren absolut exakt. Um das Radar auf geringeren Höhen zu testen, befestigte das Team ihn an der Nase eines Helikopters und flog über die Mojave-Wüste. Wir flogen über Lavaströme, über Sanddünen. Wir flogen um einen Krater, der ähnliche Formationen aufweist wie Krater auf dem Mars. Ein Problem für das Radarsystem war jedoch das Skycrane-Manöver. Wenn der Rover auf die Mars-Oberfläche herabgelassen wird, kann er die Radarstrahlen ablenken und die Messungen stören. Die Ingenieure beschlossen, vier der Radarstrahlen abzuschalten und zwei Strahlen vom Rover wegzurichten. Aber würden damit genug Daten für eine sichere Landung erfasst werden? Sie entwickelten aufwendige Tests. Wir befestigten eine Attrappe des Rovers unter dem Helikopter, die wir herablassen und hochziehen konnten. So untersuchten wir, ob der Rover die Strahlen ablenken und das Radar stören würde. Wenn wir diesen Test erfolgreich durchstehen und das Radar von der Rover-Attrappe nicht verfälscht wird, sind wir bereit für den Mars. Das wird es so aussehen. Siehst du das? Schau an das, das ist toll! Wir fanden heraus, dass zwei abgewinkelte Strahlen ausreichten, um zu messen, wie schnell wir uns dem Boden nähern. Das ist toll! Die Aufgabe des Radars ist erfüllt, sobald Curiosity Kontakt mit dem Boden hat. Aber wie lässt sich der Rover vor dem Aufprall beim Aufsetzen schützen? Jamie Wado leitete das Team, das Curiosities Mobilitätssystem entwarf und baute. Die sechs Räder, die Aufhängung und weitere Mechanismen, die sozusagen das Fahrgestell des Rover bilden. Dieses System muss Curiosity gleichzeitig als Landesystem dienen. Der Rover setzt mit fast einem Meter pro Sekunde auf. Das klingt nicht besonders schnell. Aber hinzu kommt das Gewicht von fast einer Tonne. Und das geht auf jedes einzelne Rad. Und was das Rad nicht auffangen kann, geht in die Aufhängung. All diese kostbaren wissenschaftlichen Instrumente sollen sicher ankommen. Sie mussten eine Konstruktion finden, die so stark und dabei so leicht wie möglich war. Die Inspiration kam auf zwei Räder. Für moderne Fahrräder wurden erstaunliche Rahmenkonstruktionen entwickelt. Rohre werden in allen möglichen Formen und Winkeln verbaut und sind dabei mehr oder weniger flexibel. Deshalb sprachen wir mit einem Hersteller, der Titanräder entwickelt. Er half uns, das Rohrgestell zu bauen. Auch die Räder wurden für Curiosity neu entworfen. Letztendlich basiert die Konstruktion auf einem Fahrradreifen. Wir entwickelten sie extrem weiter und bauten einen Marsreifen. Gebogene Speichen aus Titan und eine biegsame Aluminiumhaut machen die Räder robust und strapazierfähig. Jamie Wado und ihr Team testeten das System in mehreren Stadien. Den Mechanismus, der das Mobilitätssystem während des Skycray-Manövers ausfährt, testeten sie mit einem Modell ohne Räder. Der Rover hat nur sechs Sekunden, um die Räder zum Aufsetzen in Position zu bringen. Bei diesem Test konzentrierten wir uns darauf, dass nichts blockiert, wenn das Antriebssystem ausgefahren wird. Alle Seile müssen glatt laufen und nichts darf sich ineinander verfangen. Kleine pyrotechnische Vorrichtungen lösen die Verriegelungen, damit sich das Fahrgestell ausklappt. 4, 3, 2, 1, Feuer! Wohl keiner von uns war darauf gefasst, wie brutal und laut, mit welchem Gepolter das abgehen würde. So als sei sie ein Mensch, fragten sich viele, darf man ihr das antun? Elegant ist es nicht. Aber so ist das, wenn sich 100 Kilogramm Hardware in sechs Sekunden um 60 Grad drehen müssen, um zur Landung bereit zu sein. Mit einem vereinfachten Rover-Modell maß das Team die Belastungen beim Aufsetzen. Diese Simulation war auch ein Test für Jamie Wados Nervenstärke. Ich hatte feuchte Hände, eine trockene Kehle und murmelte Stossgebiete. Und dann ließen sie sie los. Das Aufsetzen war so heftig. Ich hätte am liebsten gesagt, das könnt ihr mit unserem Baby doch nicht machen. Wie bei dem alten Witz. Nicht das Fallen bringt dich um, sondern die Landung. Es ist brutal. Aber dann wird einem klar, nein, dafür ist sie doch gebaut. Dafür ist sie geeignet. Aber wenn man die Simulation der Landung zum ersten Mal real und leibhaftig miterlebt, ist das etwas ganz anderes als eine Computersimulation. Glückwunsch, Jamie. Das Tolle an der Landung auf Rädern ist, man ist sofort bereit. Man kann sofort herumfahren und wissenschaftliche Untersuchungen machen. Um die Fahrtüchtigkeit von Curiosity zu testen, fuhren Testrover meilenweit durch ganz unterschiedliches Gelände. Brakes engaged, motion complete. Sanddünen stellten für frühere Marsrover ein Problem dar. Aber die breiten Räder von Curiosity scheinen unsinkbar zu sein. Probieren wir sie festzusetzen. Ich stelle fest, wie schwer es ist, das Ding festzufahren. Mit jedem Test schien der Mars ein Stück näher zu kommen. Wir Menschen erkunden den Mars schon seit einem halben Jahrhundert. Aber der Traum davon ist noch viel älter. Wir vermuteten einst eine eigenartige Flora und Fauna auf ihm oder sogar intelligentes Leben. Dann, in den 1960er Jahren, übermittelten Weltraumsonden die ersten Nahaufnahmen von der Marsoberfläche. Keine Spur von Städten, Meeren oder Wäldern. Wenn es Leben auf dem Mars gab, musste das mikroskopisch klein sein. 1976 gelang der NASA die erste Landung auf dem Mars. Viking 1 und Viking 2 erkundeten auf entgegengesetzten Hemisphären des Planeten den Boden auf lebende Organismen. Sie fanden keine überzeugenden Hinweise auf Leben und keine einzige organische Verbindung. Der Mars wurde für tot erklärt. Nach dieser Enttäuschung hörten wir mit der Erforschung des Mars über ein Jahrzehnt auf. Als die Forschung sich dem Mars wieder zuwandte, verfolgte sie einen anderen Ansatz. Wenn es auf dem Mars je Leben gab, wie wir es kennen, wäre dafür flüssiges Wasser notwendig gewesen. Diese Kanäle und Täler sahen aus, als hätte Wasser sie geformt. Oder waren sie durch den Einfluss anderer Kräfte entstanden, durch Lavaströme zum Beispiel. Die Forschungsstrategie der NASA lautete jetzt, folgt dem Wasser. Eine neue Generation von Raumsonden begann, die Mars-Oberfläche abzusuchen. Das Schöne am Weltraum ist, man kann jede Menge Instrumente dorthin schicken. Mit den großen Orbiter-Sonden konnten wir Kameras dorthin schicken, um die Oberflächentemperatur zu messen, Laser, um die Höhe der Berge zu messen und mit Spektrometern können wir Mineralvorkommen ausfindig machen. Vom Weltraum aus lässt sich der gesamte Planet kartografieren und Interessantes aufspüren. Ein Satellit lokalisierte ein Gebiet, das reich an Hämatit ist, einem Mineral, das sich in Wasser bildet. Wenn man auf dem Mars Hinweise nach Wasser zu finden hofft, dann ruft diese Stelle förmlich danach. Der Rover Opportunity wurde zum Mars geschickt, um genauere Untersuchungen durchzuführen. Er fand auf dem Boden und eingeschlossen in Gesteinsschichten Unmengen winziger Kügelchen. Die Schichtung des Gesteins lässt möglicherweise darauf schließen, dass sie ursprünglich in flüssigem Wasser lagen. Und unser Rover mit seinen vielen Apparaten wird uns darauf eine Antwort liefern. Die Funde, die Opportunity machte, bestätigten, dass es sich um Hämatitkugeln handelte, die sich gebildet hatten wie Perlen in Austern, als das Gestein in Salzwasser lag. Ich glaube, wir parkten genau da, wo einmal die Küste eines Salzmeers war. Großartig! Endlich war ein Beweis für flüssiges Wasser auf dem Mars gefunden worden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten ging Opportunity's Zwilling, der Rover Spirit, auf Erkundung. Es wurde vermutet, dass sich dort vor Urzeiten ein See befand. Spirit fand im Boden große Mengen schneeweißes Silizium. Es muss unter Einwirkung von Wasser und ungeheurer Hitze entstanden sein. Offenbar sprudelten auf dem Mars in seiner Urzeit überall heiße Quellen. Dem neuen Forschungsansatz folgend wurden außerdem Hinweise entdeckt, dass es auch heute auf dem Mars Wasser gibt. Ein Orbiter entdeckte direkt unter der Oberfläche des Planeten große Mengen Wasserstoff, hier blau dargestellt. Wasserstoff ist oft ein Zeichen für H2O. Wasser. War das alles vielleicht Eis? Die Landesonde Phoenix ging dieser Frage in der Nordpolarregion nach. Phoenix grub einen schmalen Graben und brachte geheimnisvolle weiße Klumpen zum Vorschein. Wir fanden bläuliches, eisähnliches Material. Seither streiten die Wissenschaftler unablässig, ob es sich um Eis, Salz oder um ein unbekanntes Material handelt. Innerhalb weniger Tage verdampften die Klumpen. Es war Wassereis. Auf dem Mars gibt es so viel Wassereis, dass der ganze Planet, wenn es schmelzen würde, davon etwa 10 Meter tief bedeckt wäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es auf dem Mars auch heute vorübergehend fließendes Wasser gibt. Im Frühling erscheinen auf der Südhalbkugel an manchen Stellen dunkle Streifen, die sich an steilen Hängen herabziehen und im Herbst verblassen. Manche Wissenschaftler vermuten, dass diese Streifen von Salzwasser verursacht werden, das direkt unter der Oberfläche fließt. Diese Panoramabilder aus dem Weltraum revolutionierten unsere Vorstellung vom Mars. Riesige Mineralvorkommen wurden dort entdeckt, Gestein, das sich in Seen und heißen Quellen gebildet hat. Wir nehmen an, dass sogar heute noch Wasser in kleinen Kanälen fließt. Erst vor kurzem spürten Orbiter und Teleskope etwas Überraschendes in der Marsatmosphäre auf. Spuren von Methangas. Auf der Erde bildet sich Methangas bei geologischen Prozessen. Meist aber wird es von Mikroorganismen als Abfallprodukt erzeugt. Auf dem Mars gibt es heute keine aktiven Vulkane und kein sichtbares Leben. Woher stammt dann dieses Methangas? Von geologischen Prozessen tief im Innern des Planeten? Von unterirdischen Marsmikroben? Bislang blieb das eines der vielen Geheimnisse, die der Mars noch immer nicht preisgibt. Aber so viel wissen wir. Zwei der Voraussetzungen für Leben waren auf dem Mars vorhanden. Die Energie der Sonne und flüssiges Wasser. Jetzt steht Curiosity bereit, um den dritten Baustein des Lebens zu finden. Organische Moleküle. Dazu muss der Rover Gesteins- und Bodenproben nehmen können. Und diese Fähigkeit hängt ab von der Stärke und Präzision seines robotergesteuerten Arms. Der Roboterarm ist überaus beweglich. Denn er hat fünf Gelenke. Er hat ein Azimut-Gelenk, das sich wie eine Schulter seitlich vor und zurück bewegt. Dann ein Gelenk für die Auf- und Abbewegung, ebenfalls beweglich wie eine Schulter. Dann ein Gelenk wie einen Ellenbogen. Und ein Handgelenk, das sich drehen lässt. Daran schließt sich das Türmchen an, das sich um 360 Grad in jede Richtung drehen lässt. Der Roboterarm ist ein technisches Meisterstück. Im Kopfelement am Ende des Arms, im sogenannten Türmchen, befinden sich Instrumente, die Proben entnehmen, verarbeiten und in die Labors an Bord des Rovers befördern. Curiosity wird nicht die erste Raumsonde sein, die Bodenproben vom Mars nimmt. Aber Bohrer sind auf dem Mars historisch etwas Neues. Seit Apollo wurde nicht mehr auf einem anderen Planeten gebohrt. Die Astronauten hatten es schwer, mit Kernbohrern bis zu zwei Metern Länge. Aber sie konnten je nach Situation reagieren. Bei Bohrungen auf einem fremden Planeten muss man auf alle möglichen Unbekannten gefasst sein. Wie man den Bohrer sauber hält, wie man ihn von Vibrationen des Motors isoliert. Wie man vermeidet, dass er sich im Stein festbeißt. Das alles stellt uns vor große Herausforderungen. Ingenieure testeten mehrere Entwürfe, bevor sie sich auf ein außerordentlich stabiles Modell einigten. Es ist eine Schlagbohrmaschine. So etwas nimmt man zu Hause, wenn man in Beton bohren will. Allerdings will man zu Hause nicht unbedingt den Bohrstaub aufsammeln. Wir aber brauchen ein effektives Auffangsystem. Die Rotation des Bohrers befördert das pulverisierte Gestein in das Türmchen, wo die Probe durch ein Sieb läuft und größere Partikel ausfiltert. Dieser Ablauf erfordert ein starkes Schütteln der Vorrichtung. Meist versucht man, Raumsonden makellos rein und vor Erschütterungen geschützt zu halten. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Wir müssen uns wohl an sehr viel robustere Geräte gewöhnen. Das sind schon eher Erdarbeiten als feine Präzisionsarbeiten. Eine Bohrvorrichtung zu bauen, die den Arm- oder Bordcomputer nicht zu sehr erschüttert, war eine große Herausforderung. Aber es sind nicht die Vibrationen oder der Staub, die beim Bohren auf dem Mars so sehr zu befürchten sind, sondern dass Curiosity wahrscheinlich auf unebenem oder steilem Gelände bohren wird. Kommt der Rover ins Rutschen, kann er sich den Arm ausrenken und ihn beschädigen. Frisst der Bohrer sich im Gestein fest, besteht die Gefahr, dass das den Rover festsetzt. Aber es gibt einen Plan B. Es gibt zwei zusätzliche Bohreinsätze. Falls der Bohrer sich festbeißt, wird er abgetrennt und zurückgelassen. Und ein neuer wird eingespannt. Nachdem jahrelang die einzelnen Schritte Test um Test überprüft wurden, wird nun zum ersten Mal eine Probenentnahme durchgehend getestet. Vom Bohren über das Sieben des pulverisierten Gesteins, bis zur Weiterbeförderung in das Labor. Ein Meilenstein, den alle miterleben wollen. Die Größenverhältnisse sind schon lustig. Wir haben einen Rover von 900 Kilo mit einem Arm von 100 Kilo, um winzig kleine Proben zu entnehmen. Schon eine kleine Prise pulverisierten Gesteins kann Aufschluss geben, ob auf dem Mars je die Bedingungen für Leben gegeben waren. Aber wo soll Curiosity landen, um solches Gestein zu sammeln? Frühere Missionen benötigten für die Landung eine große, ebene Fläche. Die Raumsonden wurden zu bestimmten, geeigneten Zielen auf dem Mars geschickt. Aber durch unvorhersehbare atmosphärische Bedingungen, wie die Dichte der Atmosphäre oder die Windstärke, landeten sie manchmal Kilometer von dem anvisierten Landeplatz entfernt. Die Atmosphäre lässt sich für den Tag der Landung nicht vorausberechnen. Diese Ungewissheit macht es schwierig, einen sicheren Landeplatz in diesem riesigen Terrain zu finden. Curiosity kann jedoch dank einer besonderen Technik gezielt landen. Kurz vor Eintritt in die Marsatmosphäre wirft die Raumsonde zwei Kontrollgewichte ab. So wird das Zentrum der Masse verlagert und Auftrieb erzeugt. Wie bei einem Flugzeug. Sie kann dann also fliegen. Um auf Kurs zu bleiben, misst die Sonde die Atmosphäre und richtet sich aus, indem sie Schubdüsen feuert. Dadurch ist sie absolut manövrierfähig. Das erlaubt uns, den Umkreis, in dem sie aufsetzen wird, von über 100 Kilometern auf etwa 20 Kilometer zu reduzieren. Dadurch kommen sehr viele Landeplätze in Betracht. Über 100 Experten prüften fünf Jahre lang mögliche Landeplätze für die Mission. Die Erosionsrinnen wurden vermutlich von einem See im Krater Holden gebildet. Dutzende von Stellen wurden im Detail analysiert und alle hatten eines gemeinsam. Das Grundkriterium war, gab es dort Minerale, die darauf schließen ließen, dass Wasser an ihrer Entstehung beteiligt war. Sonst schied der Ort aus. Die Experten stimmten ab und schließlich wurde der Gewinner verkündet. Gale Crater. Dieser über drei Milliarden Jahre alte Einschlagskrater von 154 Kilometern Durchmesser war möglicherweise einmal gefüllt mit Wasser. Heute erhebt sich darin 5500 Meter über dem Kraterboden ein Berg aus Gesteinsschichten, der Aeolis Mons. Orbiter entdeckten in den unteren Schichten des Berges Minerale, die sich in Wasser bilden. Aus den höheren Schichten lassen sich vermutlich Millionen Jahre der Frühgeschichte des Mars ablesen. Geologen lieben Gesteinsschichten. Das ist für sie wie ein Geschichtsbuch. Bis zum Gipfel fährt Curiosity Schicht für Schicht ab und schlägt so eine Seite nach der anderen um, Kapitel für Kapitel. Wenn wir das Buch vielleicht auch nicht zu Ende lesen, es wird spannend. Im Sommer 2011 war es soweit. Die Hardware für die Mission war gebaut und getestet. Denn es stand ein Termin an, der nicht verpasst werden durfte. Der Mars braucht fast zwei Jahre, um die Sonne zu umkreisen. Sein Abstand von der Erde verändert sich ständig. Die ideale Konstellation, um eine Rakete auf den Mars zu schicken, tritt alle 26 Monate auf. Und dieser Moment rückte unaufhaltsam näher. Ich hole immer meine Trompete hervor, wenn die Weltraumsonden uns verlassen. Der Tag, an dem Curiosity in eine Kiste verpackt wird, um nach Florida abtransportiert zu werden, ist der eigentliche Beginn ihrer Reise zu Mars. Die Ingenieure, die Curiosity gebaut haben, begleiten sie zum Kennedy Space Center, um sich zu verabschieden. Dann setzt ein neues Team den Rover mit den Marschflugkomponenten zu einer Raumsonde zusammen. Das dauert fünf Monate. Danach wird sie an Bord einer Atlas-5-Rakete gebracht. Am 26. November 2011 heißt es, alles bereit zum Start. Die Ingenieure, die Ingenieure, die Ingenieure, lift-off der Atlas-5 mit Curiosity. Nächster Halt, Mars. Während die Sonne über dem Jet Propulsion Laboratory untergeht, steigt die Erwartung. Die echte Curiosity befindet sich 240 Millionen Kilometer weit weg, wenige Stunden vor dem Ende ihrer Reise. Für das Team der Mission ist dies eine Nacht gemischter Gefühle. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich will mich an jeden einzelnen Augenblick erinnern. Trotz Zuversicht, der kleine Angstknoten bleibt. Zehn Jahre hat man daran gearbeitet und entweder funktioniert es oder nicht, dazwischen gibt es nichts. In ein paar Stunden befindet sich hoffentlich ein neuer Rover auf dem Mars. Ein sehr emotionaler Moment. Wir haben unser Möglichstes getan, dass es ein Erfolg wird. Jetzt liegt es in der Hand des Schicksals. Noch können die Ingenieure mit Curiosity kommunizieren. Aber während der siebenminütigen Landephase wird der Rover autonom, nach vorprogrammierten Befehlen operieren. Denn die Übertragung der Signale zwischen Erde und Rover dauert 14 Minuten. Wir können sie nicht per Joystick von der Erde aus dirigieren. Und was wir sehen können, ist schon vergangen. Man erfährt nur, was vor 14 Minuten funktioniert hat. Es ist schon ein surreales Gefühl. Alles ist schon vorbei, doch man weiß noch gar nicht, was passiert ist. In wenigen Augenblicken wird Curiosity in die Marsatmosphäre eintreten. Sieben Minuten später wird der Rover auf der Marsoberfläche aufsetzen. Jetzt beginnt, was das Team als sieben Minuten Terror bezeichnet. Die Fahrt weitergeht. Wir sind auf der Mach 2. Wir sind auf der Mach 2. Wir sind auf der Mach 2. Die Fahrt hat sich verabschiedet. Wir sind auf 90 m pro Sekunde, an einer Höhe von 6.5 km und auf der Höhe von 6.5 km. Wir sind auf der Fahrt. Wir sind auf der Höhe von Skycrane. Skycrane hat angefangen. Deskenden an etwa 0.75 m pro Sekunde, als erwartet. Mit der Beann? Wir sind auf 100%. Wir sind auf 100 m proste. Wir sind auf 90. Wir sind 잡아 trabalho. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Plötzlich schickt Curiosity sogar Ansichtskarten. Das heißt so viel wie, hallo mir geht's gut, wäre schön, wenn ihr auch hier werdet. Und in gewisser Weise ist das Team bei ihr, an diesem sonnigen Nachmittag auf dem Mars. Von Anfang an schickte Curiosity dem staunenden Team Ansichten vom Gale-Krater. Zwei Wochen nach der Landung kamen Schnappschüsse von ihrer ersten Ausfahrt an. Die Wissenschaftler der Mission begeisterten vor allem die Fotos der Erosionsmarken, die die Raketen bei der Landung erzeugt hatten. Die Schubkraft war so gewaltig, dass sie den Felsuntergrund freilegte. Wir sahen, dass er aus Fragmenten unterschiedlicher Materie zusammengesetzt ist und fragten uns, ob Wasser die Entstehung dieses zusammengebackenen Materials verursacht haben könnte. Da war ein aufregender Hinweis, denn die genaue Beschaffenheit des Geländes, auf dem Curiosity aufgesetzt hatte, war noch unerforscht. Karten aus dem Weltraum ließen vermuten, dass durch eine Schlucht am nördlichen Rand des Kraters Wasser geflossen war, dass Steine und Sediment mit sich geführt und diese in einem sogenannten Geröll-Fächer über den Kraterboden verteilt hatte. Aber reichte dieser Fächer bis zu Curiosities Landeplatz? Fünf Wochen nach Beginn der Mission schickte der Rover erstaunliche Bilder von einem geologischen Aufschluss. Es sieht so aus, als hätte jemand mit einem Presslufthammer ein Stück Bürgersteig in New York aufgestemmt. Bei der Aufsicht erkennt man in der Gesteinsplatte Kies. Die Steine haben runde Kanten, sie wurden alle ein wenig geglättet. Und das erinnert natürlich sofort an ein Flussbett, wo die Kiesel im Wasser bewegt werden, aneinanderstoßen und nach und nach rundgeschliffen werden. Frühere Rover wiesen flache Gewässer und heiße Quellen nach. Aber diese Entdeckung ist neu. Das Team ist ziemlich einstimmig der Ansicht, dass es sich um eine Kiesablagerung handelt, die sich vor Milliarden Jahren in einem Fluss gebildet haben muss. Aus der Größe der Steine schlossen die Wissenschaftler, dass der Fluss eine starke Strömung hatte und etwa hüfthoch Wasser führte. Das ist die erste Stelle, wo wir den Nachweis haben, dass auf dem Mars Wasser geflossen ist. So etwas hatten wir bislang nicht finden können. Curiosity sammelt weiterhin Bodenproben und fördert dabei Minerale zutage, die Ähnlichkeit mit denen in der Vulkanerde Hawaii's haben. Bei den ersten Proben der Atmosphäre am Gale-Krater stellten Curiosity-Sensoren Kohlendioxid fest, aber kein Methangas. Vielleicht ist Methangas auf dem Mars nicht gleichmäßig verteilt. Weitere Tests werden das zeigen. Aber es wird wohl noch ein Jahr dauern, bis Curiosity ihr endgültiges Ziel erreicht haben wird. Den Aeolis Mons mit seinen Ausläufern aus uralten Gesteinsschichten. Sieht man diese Gebirgsausläufer, kommt einem das ganz vertraut vor. Als wäre dieser Ort irgendwo auf der Erde. Aber er liegt auf dem Mars. Das könnte auch in der Mojave-Wüste oder irgendwo in Utah sein. Da fragt man sich, warum sollte es auf dem Mars nicht auch Leben geben? Genau auf diese Frage suchen wir eine Antwort. Wir haben Curiosity in eine andere Welt begleitet. Wer weiß, wohin dieser Rover uns führen wird? Unsere Entdeckungsreise hat gerade erst begonnen. Bis zum nächsten Mal. Sind wir allein? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.